Mein Lieber, Dies ist die absurdeste Nachricht, die du jemals von mir bekommen wirst. Ich habe etwas getan, das man nie im Leben tun soll. Ich habe mich in eine Frau verliebt, die ich nur aus dem Internet kenne. Sie heißt Barbara und ist eine erfolgreiche Porno-Filmproduzentin in Los Angeles. Sie hat mich gebeten, sie für eine Woche in Santa Monica zu besuchen. Untertitelung des ZDF, 2020